Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist nervig, ey Ja, hier dauernd scheiß Patrouillen vorbeikommen Genauso wie diese Trottelpatrouille Kann keiner brauchen, ey Ich will gar nichts von den Idioten, ey Und die gehen wir einfach nur im Sack, ey Verfickt euch, ihr Wichser Gehen wir so um Pisse Kein Schwanz will was von denen, ne So, dann haben wir die Pisse jetzt endlich los, ey Zeit, wie jetzt, ey Dann haben wir sie wieder aufs Ziel konzentrieren und das ist das da Nichts lauter Trottelpatrouillen Keine Ahnung, ey Da rennt dauernd irgendein Trottel vorbei auf dieser Straße Problem Da kommen schon die nächsten Trottel, ey Boah, alter Komm runter, du Arschgeburt Komm her, du Wichser Komm her, du Arschloch Wirklich, jetzt bin ich angefressen Komm her, du Wichser Stück Scheiße, Elendes Komm her Mann Diesen Arschloch hier rumärgern, ey Das gibt's doch nicht, ey Ey, leck mir am Arsch, Alter Ich hab was anderes zu tun Das nervt, ey So nervig Kommt dieser Wichser her eigentlich Keiner braucht dieses Stück Scheiße Ne, aber er pickt mir am Hals Ein, so ein Homo Sapien, ey Kannst du dir natürlich auch nicht verstecken Das ist das Problem Verdammt, wir müssen aufholen Gib mal so einen Nervt, der Typ Da bist du ja Alter Das nervt Ja, komm runter, du Stück Scheiße, ey Fick dich so in den Arsch So am Sack, so in den dummen Nussknacker, ey Unglaublich nervig, sowas, ey Hast irgendein Ziel und irgendein Pisser Kommt die ganze Zeit vorbei und hält dich vom Ziel ab, ey So nervig So, wie viele sind jetzt nur da Das sind eh fast keine mehr Hier diese Straße hier Da kommen dauernd irgendwelche Zuhälter vorbei Probleme Denen will die ja gar nichts Die kommen einfach nur zufällig vorbei Eigentlich nur mehr Zwei, so wie ich das sehe Zwei Trottel Endlich So nervig das Wie kann man das auch so blöd platzieren Direkt neben der Hauptstraße, ey So klar, dass da dauernd ein Trottel vorbeiläuft Du kommst ja nie zu was hier Wenn du hier 10 Sekunden einen Trottel am Hals hast, dann ist es klar Dass es leicht nervig ist Das ist gut hier, merke ich gerade Alter, hier ist gut Ja, wenigstens rentiert sie sich, ne Das ist genervt für hier So, fertig Endlich Oh, jetzt habe ich wieder keine Pfeile mehr Ist klar Wieder keine Pfeile Eine scheiß Pussy am Hals Eine dämliche Nervige Miauende Nervensäge Hier gibt es keine Pfeile Irgendwie So Patrouillen hier Hier kannst du nichts machen Jede zwei Sekunden eine Patrouille Ja, komm einfach her und schau nach Du Nervsäge Hast du Pfeile? Ja, echt geil Pfeile? Hey, sieh da Komm her Ja, ja, Missgeburt bist du Das haben wir schon geklärt Die Missgeburten geht man nämlich richtig am Sack Hast du Pfeile? Ja, der hier besitzt niemand Pfeile ohne Scheiß Hast du Pfeile? Hier, Alter Alter Die Drecksstatue hier So, Mai Ja, ja Eine halbe Stunde für eine Statue Das ist sexy Das ist sensationell Wenn das Was ist denn? Eine Katze Kann man die abschlachten? Nö, leider nicht Das ist nicht ganz so geil Gott, Alter Da brauchst du ein halbes Jahr für eine Statue Ja, aber okay, okay, okay Das Positive Ich hab da unten einen weiteren Turm entdeckt Schon mal positiv Das ist schon nervig, sowas Das ist auf der Hauptstraße platzieren Das ist nicht so der Welt Hier, hier Ja, da kommen dauernd Patrouillen vorbei Hilf den Zivilisten Na, schauen wir mal, was die Zivilisten so wollen Da muss ich ein bisschen aufpassen Du da! Halt! Ja, ja, alles klar So, bevor wir den Zivilisten helfen Schauen wir sie mal um Ah, Level 27 Oh, ich mach mal doch Meier Ich bin, glaube ich, zwar 26 Aber das ist mir Wurst Machen wir mal das kleine Lager hier platt Kleine Lager ist gut Fettes Lager, merke ich Gefangene Hammer Und bald auch Leichen Und das wird nicht meine sein? Ich weiß High Position Gerät Ja, ja Klar So Hast du Pfeile? Ah, ich weiß, wo Pfeile es sind Ha! Papa hat Pfeil So, jetzt müssen wir hier nur Komm mal rauf da Das wäre echt geil Nichts Ich werde mich trotzdem vorsehen Nee, nicht runter Rauf Kommst du? Das ist ja super, wie das funktioniert mit Maus 4 Das funktioniert so super, die Steuerung Ich kann so super auf den drauf Und ein Atem da mal Richtig geil geht das Ich habe Glück gehabt, dass man Kein Alarm da ausgelöst hatte Richtig Schwein gehabt Praktisch Geile Steuerung Wieder mal Er ist nicht runtergehüpft Da kannst du machen, was du willst Kommst du her? Nee, einer reicht Hast du das gehört? Ja, habe ich gehört Oh, der kommt runter Cool Einer ist egal Ja, ja, ja Bring mir um Komm Komm, wir Wir bringen uns alle um Wir lieben uns gegenseitig Wir küssen uns Und wir machen Popo 6 Oh, der Haus ist mit Popo 6 Läuft bei dir Das läuft ja richtig bei dir Oh, ihr seid Nervensegen, Jungs Hat natürlich schon mal einer gesagt Na, hol mal mal einen Dicken da her Jo Möchte gern Chef Komm mal her Nicht so gebückt gehen Hast du was zwischen den Beinen Oder Läuft bei dir So Der schläft Eine geile Wache Oder schläfst du? Jetzt schläfst du Wenn ich das jetzt kaputt mache Brenne wieder Also lass es sein Staubtaktik So, was haben wir jetzt noch? Da drüben ist was zum Abstauben 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 Komm mal durch da Komm mal da normal nicht durch So Meinst alle oder was? Wer nimmt man da? Und ich bin ein Johannes Oh ne Ne, ne, ne Du gehst mir jetzt nicht am Arsch, oder? Du hast mich Ja, das ist das Thema Hatten wir schon Dass du mich hast, Junge Hatten wir schon Drei, vier Ey Langsam werde ich sauer auf dich Wo ist er denn? Okay Wo ist denn der? Ey, wo ist dieses Stück Scheiße? Das gibt's nicht Da ist er Komm her, du Wichser Blöder Pferd Das haben wir gerne Runter Ich hol dich runter Die Typen Die kann in der Lappe Sitzen da oben Und glauben, sie sind wichtig Dann holen wir sie runter Kamas Hast du auf jetzt clean Ja, Gefangene befreien Okay Sollten wir auch mal machen Wenn wir schon hier sind So nebenbei und so Kannst rauskommen Hallo Geht das ein bisschen leiser? Komm her Schon mal gestoppt Aber Die gute Nachricht Ich hab Pfeile Das ist ja selten Als wert in dem Spiel Hüpft schon wieder nicht runter Manchmal will er nicht hüpfen Hüpft Das ist jetzt wieder Hüpft Wer will hier was? Achso, der Dödel da So, egal Zu euch will ich ja gar nicht Ich will zu dem Turm da Ich war nur im Weg Bist Schlechter Platz Hallo Ochse Schade, dass ihr kein Fleisch gebt Richtig geil jetzt Gemeinsam Alter Die kannst wieder nicht treffen Naja, Fisch Immer nicht am Piesel Reicht, wenn wir die anderen am Piesel gehen Hier Oh, Kaka Mehl hüpft wieder nicht Das ist mir eh schon klar Zickzack Kurs So, jetzt können wir weitermachen Ihr Säcke Seid ihr Seid ihr Nur lange entfernt Ich bin mit euch Oh, das ist der Doofe da Ne, ne Die müssen wir nicht haben Hallo Schafe Oh, haben wir eigentlich Wir müssen Da ist noch eine Hä? Darauf müssen wir Zu diesem Hügelchen Und das sind richtigen Erwische Werde mal der nächste ist Aber egal Ich krabbeln Ich krabbeln Ne, ne, ne Du Dödl Darüber Auf Was ist Schubeln Krabbeln Bezahlt, Junge Fürs Krabbeln Nicht fürs Runterfallen Puh, jetzt ist der kleine Scheißer da schon 27 Hier hat man noch eine Statue Das ist eine ganz gute Idee Dann mache ich sogar eine Schnellreise dahin Oh, ja Ich bin neben einem Schmied Das ist ja nice Komm, ich habe Dreck für dich Scheiße, das sind ja Stille Das ist jetzt ungut Günstige Wände Und sichere Straßes Ja, du sind Hey, die Statue wird nicht mehr bewacht Echt jetzt? Löhle Hine ist das Dreck Wer Wollen wir in Kärten Das ist jetzt gehört es mir Mein Pferd So, was haben wir denn? Wir haben Einen Affen Die Fragezeichen können wir ruhig mal machen Warum nicht Woa Höh? Höh? Holten ihr von mir? Wo ist denn das scheiß Fragezeichen gesagt? Oh, ja 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 oh scheiße ich weiß was da ist fuck es gibt schönes Leder ich bin ein bisschen sauer das merke ich schon ich wäre auch sauer wenn ihr auf die Nuss kriegt aber es ist halt nochmal so müssen die klarkommen damit so jetzt hätten wir da sind aber noch welche aua bist du der ist sauer ich bin auch sauer ich bin mehr sauer wer dann bin ich geiler wer so wo müssen wir denn jetzt hin sind da noch ein paar oder was ne da drüben ist nur einer da müssen wir sogar denen helfen oder können wir denen helfen ich bin mal nicht so oh ne dieser Physi Psychopathos ist da irgendwo ich beiß'n Junge haben wir auch schon da drüben ist noch einer du hast wirklich so'n scheiß Punkt Kroko da komm'n denn hin und Steppenpunkt hier echt ungut keine Fighten hier wir machen wieder mal'n Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal